Die wunderbare Stimmung nach einer Lesung in unserer großartigen Buchhandlung Sehseiten. Sie sehen, die Sessel sind stehen geblieben, da morgen in der Früh eine Schulklasse kommt. Unser Johannes kommt entlang gelaufen. Und die Katharina Stemberger war gerade noch da, da sitzt sie schon, und signiert Bücher. Ein wunderbarer Abend in unserer Buchhandlung.